Moin, du kleiner Racker, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Epsiloner. Oh yeah, wir sind wieder hier, im guten alten, oh äh, jetzt muss ich überlegen, oh Carlos, Carlos, ich wollte schon die ganze Zeit Kanto sagen, aber das ist natürlich, eiskalt wäre es gelogen gewesen. Jawohl, in der letzten Folge sind wir unseren beiden Dudes hier begegnet, und wir haben Honig geschenkt bekommen, ganz toll. Und nicht die TM Erdbeben, wie ich erhofft habe, aber naja, gut, was soll man machen, ne, da kann man nichts machen, ich muss mich ganz kurz so ein bisschen orientieren. Das sieht aber eigentlich ganz gut aus, mh, die beiden brauchen dringend noch Level, und ansonsten, naja, sehen wir weiter, ne, da kann man ja nichts machen, Alter. So, Routenpunkten haben wir schon, das heißt, Dude ist der Nächste, der dran glauben muss, hoffentlich. Ich hab kaum geschlafen, bin total müde, ob dieser Kampf wohl eine gute Idee ist? Hm, da bin ich mir auch nicht ganz sicher, mein Freund, aber hey, wir werden es herausfinden, da bin ich mir sicher. Okay, Tobias mit Kadab, uh, ah, oh, ah, mh. Ähm, Kadabra, ah, oh, ah, Kadabra ist hart, Alter, hart, unfair, an der Stelle vom Spiel. Nun, was schicken wir da rein? Wir können eigentlich nur Lucky reinschicken. Wir können hoffen, dass es keinen Psychoshock kann, das wäre ein bisschen OP, Alter. Oder eine Hydro-Pumpe oder so, ich weiß nicht. Ähm, na, wir hoffen einfach mal, dass es nichts Großartiges kann. Hm, jetzt stehen sich zwei Pokémon gegenüber, die doch sehr ähnlich sind und Psychkraft ist nicht sehr cool. Hm, so, und wir werden einfach mal mit Glut angreifen und es geht natürlich daneben. Konfusion dürfte nicht so viel Schaden machen. Wow, 13 und die Verwirrung, Alter, übertreib dein Leben einfach. Wir sind verwirrt und wir kommen nicht durch, Alter, come on. Nochmal ein bisschen Kraft. Oh Gott. Also, Kadabra ist ein harter Knochen. Okay, wir probieren es nochmal mit Glut. Please, come durch. Ach, come on, Lucky. What, what's up? Konfusion, Crit, überleben wir nicht mehr. Ach. Dann jetzt ist das große Problem, wir müssen den einzigen Trank, den wir einsetzen dürfen, einsetzen. Einen super Trank, please. Ja, können nichts anderes reinschicken, ne? Die Konfusion, die killt locker mal dieser Samen und auch Wufti hier, äh, Dings, ne? Oh, da war der Crit. Ach, shit. Oh, das geht so schief. Okay, wir probieren es nochmal mit Glut. Immer noch verwirrt. Und zum dritten Mal selbst... Das kann doch nicht sein, Alter. Hm. Oh, das ist nicht gut, Mann. Wir müssen erstmal die scheiß Dings loswerden. Das sind dreckige Genauigkeitssenkungen, weil wir treffen doch nichts. So, Glut. Wir probieren es jetzt noch einmal, wenn wir uns jetzt nochmal selbst treffen. Wir sind immer noch verwirrt. Gut, die macht wenigstens guten Schaden. Problem ist, Crit killt uns. Kommt aber nicht. So, jetzt ist natürlich die Frage. Wir können jetzt nochmal angreifen. Aber wir haben, glaube ich, drei Genauigkeitssenkungen. Ist das lächerlich. Plus... ...die Verwirrung, die eventuell noch nicht aufhört. Wenn wir uns selbst angreifen, könnten wir schon sterben. Und wenn das nicht der Fall ist, dann wird Kadavra auf uns kippen. Außer wir treffen. Was aber schon hart unwahrscheinlich ist, ehrlich gesagt. Wir könnten Heslon reinschicken. Wir könnten auch Klopfer mit einem Ruckzuck. Das ist doch lächerlich. Alles wird gekillt werden. Also... Wir könnten... Wir könnten Heslon reinschicken. Das Problem ist... 25 Spezialverteidigung. Und jetzt aktuell haben wir eine... 34er. Und das macht schon 13 KP Schaden. So. Und wir haben, glaube ich, auch noch weniger KP. Ja. Also... Wird uns wahrscheinlich schon eine Konfession töten. Klopfer. Wird auch eine Konfession töten. Ziemlich sicher. August. Ist sehr effektiv. Wird auch töten, denke ich. Bufthi ist sehr effektiv. Wird auch töten. Ja. Und ansonsten... Ja. Ne? Also wir müssen irgendwas opfern oder riskieren, dass Lucky stirbt. Wenn wir jetzt irgendwas opfern, dann was? Bufthi? Und wie geht's dann weiter? Es gibt keine Garantie, dass wir das Ding rausnehmen können mit irgendwas. Hier haben wir halt die Feenbrise. Die könnte okay Schaden machen, aber mehr auch nicht. Aber warte mal. Wenn wir jetzt rauswechseln, dann können wir wieder in Lucky rein wechseln und dann mit einer Clued Save töten. Aber wir müssen halt irgendwas opfern dafür. Und was? Am wenigsten Bock habe ich ja auf Bufthi. Tja. Klopfer wird noch zu wertvoll. Ich denke, Bufthi ist am logischsten. Es kommt nur die Psychkraft erstmal. Das heißt, wir hätten riskieren können, anzugreifen. Aber, Alter. Lucky, wenn das stirbt, dann ist Ripp. So. Dann versuchen wir, es mit einem Pfund rauszunehmen. Los, Bufthi. Schaffst das. Es kommt nochmal die Psychkraft. Was gut ist. Okay, Bufthi. Du schaffst das. Komm. Du triffst? Nicht. Okay. Dann probieren wir es nochmal mit Pfund. Es kommt die Konfusion jetzt. Die ist sehr effektiv. Und Ripp, Bufthi. Es tut mir so leid, Bufthi. Es tut mir so leid. So. Jetzt mit Lucky. Clout. Kadabra tot. Hm? Clout. Wir sind schneller. Kadabra tot. Richtig? Ja. Also Kadabra ist halt hart mies zu dem Zeitpunkt im Spiel. Ganz ehrlich. August erreicht Level 15. Ist cool. Versucht Bodycheck zu lernen. Hm. Hm. 90er Stärke halt. Ist nicht schwach. Aber ob wir Bodycheck brauchen. Ja, vielleicht schon. Ja, komm. Wir machen das Schlafputter mal weg. Ähm. Das Schlafputter brauchen wir eigentlich nicht wirklich. So. Und wir haben die Trainerhoffnung Tobias besiegt. Ja. Okay. Wow. Das ist... Ich werde mal ins Pokémon Center gehen. Na. Äh. Nimm das doch. Oh. Diese Skates sind so... Ah. So. Den Supertrank haben wir jetzt wieder gekriegt. Den wir verbraucht haben gerade. Ach. Ist das ein Scheiß, Mann. So. Ich gehe schnell ins Pokémon Center. Und wir sehen uns dann gleich. So. Freunde. Da sind wir wieder back im Business. Und wir laufen zurück. Da, wo wir hergekommen sind. Jo. Bei den beiden, die uns kein Erdbeben geschenkt haben, vorbei. Und hier vorbei. Und los geht's. Weiter hoch. Okay. Hier können wir wieder runter, glaube ich. Aber da gibt es nix wert. Hier gibt es eine Sinelbeere. Die wollte ich holen schnell. Ähm. Ganz klar. Na. Diese Skates. Alter. Die machen mich fertig. Das kann doch nicht sein. So. Minun hätte es ja auch gegeben. Schön. Schön, dass unser Routen-Pokémon jetzt gestorben ist. So. Wir flüchten. Flucht gescheitert. Ach. Come on. Jetzt. Ich habe da jetzt überhaupt keinen Bock drauf. Bruder. Ab mit dir. Sollen das. So. Und nochmal hoch. Hallo. Da bin ich wieder. Was gibt es hier hinten? Ach. Na ja. Nochmal fall ich nicht drauf rein. So. Oh. Hi. Hi. Na. Na du kleiner Racka. Komm her. Ich habe es zwar ein bisschen. Ich habe es zwar besser noch nicht geschafft. Meine Tricks auf mein Team abzustimmen. Aber für dich wird es schon reichen. Okay. Das finde ich aber dreister. Dreister. Roller Skaterin. Karine. Mit Skoppe. Ja gut. So lange es nicht wieder ein fucking Kadabra ist. Alter. Boah. Kadabra ist harter Struggle. Das reicht fast zum One-Hit. Alter. Mega nice. Silverblick ist nicht so cool. Das könnte jetzt nochmal ein Ruckzuck-Hieb raushauen oder so. Aber ich denke. Sie ruft es zurück. Okay. Was kommt denn jetzt? Jetzt sind die Taktics am Start. Alter. Was ist denn hier los? Na sag mal. So Verteidigungstrop. Es hat was? Stopp mal. Es hat keine Wirkung. Ist doch eine Giftattacke. Oder haben Puder-Attacken keine Wirkung auf Pflanzen-Pokémon? Oder ging es einfach daneben? Ja. Das Struggle ist real. Es hat eine gute Verteidigung. Ich probiere mal einen Body-Check. Jo. Der macht guten Schaden. Kriegen auch ein bisschen Rückstoß. Critical Hit. Na. Wenn das ein Crit war. Dann schaffen wir noch einen Body-Check. Gut, dass wir den Body-Check eingepackt haben. Find's schon mega nice. So ein bisschen Erfahrung. Und jetzt kommt Skoppel. Und ja, ich möchte das Pokémon wechseln. Denn das kann unser Skoppel easy. Easy regeln. Das braucht ja auch noch ein paar Level, ne? Da haben wir eine gute Vorarbeit geleistet, würde ich sagen. So, Skoppelino. Du machst jetzt mal keinen Ruck-Zuck-Hieb. Ich mach den Ruck-Zuck-Hieb. Und dann wirst du tot sein. Püff. Schöne Sache. Schöne Sache. Und tschüss. 90 Erfahrungspunkte. Das ist ja nichts. Naja. Was will man machen, hä? Hurks, sagt sie. Hurks. Das sag ich auch immer. Wenn ich verliere. Hurks. Machen wir mal Heslein nach vorn gerade. Und kümmern uns noch um diesen Trainer da oben. Da oben, hier der, ja. Hallo, ne? Der, der, der. Das Leben eines Trainers ist einfach. Kommen, sehen, kämpfen und siegen. Das ist aber sehr zuversichtlich. Wobei, so wie die Kämpfe heute laufen bis jetzt. Oh, Alter. Wirklich? Also, die Route ist aber... Also, die Route ist der Struggle. Der Struggle ist es. Schnabel macht ultra viel Schaden. Auch wenn es ein Crit war. Das waren 21 KP. Ja, der Hälfte davon abgezogen. Reicht dann schon. Dann müssen wir leider weg sind. Tut mir leid. Wir gehen mal auf Lucky. Anders. Das bringt ja nichts. Das bringt ja einfach nichts. So, du schaffst es Lucky. Alter. So, Heuler ist in Ordnung für mich. Und ich hoffe mal, wir ausbieten den Dodo. Kann sein. Muss aber nicht. Ja. So, dein RIP. Alter. Also, der Schnabel hat ordentlich Druck gemacht. In Level 18 für Lucky. Es ist so hemmungslos overleveled. Und ein Psych-Trial. Oh, das ist nice. Oh, nice. Die Balancer-Kratzer. Ja, Psych-Trial ist nice. Das gefällt mir. Da mach ich mit. Und Hearthstone erreicht auch Level 12. Das ist nice. Und Fridolin ist besiegt. Hoi, hoi, hoi. Aber da haben wir jetzt schon ganz schön wieder einstecken müssen, Alter. Und ich will nicht meine Tränke verschwenden dafür, um jetzt hier... Oh, komm mal. Wo sind wir hier? Ich will auch nicht in irgendeinen Trainer reinschießen jetzt. Das wäre halt voll assi. Da liegt eine TM. Klauen wird so übel wertvoll. Nicht. Also, ich weiß nicht, Alter. Also, ich weiß nicht. Ist noch ein Trainer? Okay. Wo kann man hier hin, wenn ich jetzt hier weitergehe? Kann man hier nicht schon... In die Stadt jetzt? Oh, bitte! Ich brauch ein Pokémon-Center. Goddamn! Muss ich jetzt echt nochmal zurückgehen? Kann ich nicht einfach... Oh, Mann. Warte mal. Ich muss gerade mal Lucky nach vorn machen. Ja, wobei, Lucky könnte halt regeln, aber es kann auch nicht immer alles alleine regeln. Mann. Das ist doch... Das ist doch... Ach! So, dann können wir hier wenigstens runterrutschen. Dann kann ich nochmal am Stein vorbeigucken. So. Juhu! Ja. Na, okay. So, dann geht es hier ein... Lang... Oh, come on! Hallo, Skoppel, na? Ach, Leute, wisst ihr was? Wir sehen uns dann gleich wieder. Ich freu mich auf euch. Bis gleich. Ja, so. Da sind wir wieder, Alter. Nice. Ich freu mich hart. Jetzt wieder zurücklaufen. Es ist einfach... Ein Träumchen. Ja. Es ist einfach nur ein Träumchen. Finde ich gut. Okay. Dann jetzt hier... Löh. Was ist das eigentlich? Ein Ast-Trainer? Trainerhoffnung? Wer seine Pokémon stets dabei hat, kann sich mit anderen Trainern auf der ganzen Welt messen und auch Pokémon tauschen. Aha. Aha. Trainerhoffnung Monty. Mit Bidiza. Okay, Bidiza scheint mir machbarer als ein fucking Kadabra. Und wir haben noch Lucky von... Fuck. Fuck, das wollte ich nicht. Ja gut, dann probieren wir einfach mal den Stihstrahler aus. Ist ja auch mal nett. Bitch. Der macht doch schon ordentlichen Schaden, möchte ich sagen. So, da kommt der Tackle. Der ist okay. Den überlebt man doch ganz gut. So, Clute. Oh, den überlebt man ganz gut. So, Clute. Alter, ich bin so der... Hardcore-Reimer-Dude. Alter, Dude reimt sich ja auch noch. Alter, was ist los? Okay, Mirabla kommt als nächstes. Wollen wir da wechseln? Oder wollen wir einfach Mirabla so schnell wegfeuern? Eigentliches Level war das gerade. Kann Heslon das regeln? Bestimmt kann Heslon das regeln. Na, bin ich doch ein bisschen zuversichtlich. Heslon, du schaffst das. Komm schon. Heslon braucht halt die Level. Ne? Es braucht die Level. So, wir machen die Feenbrise. Gucken, wie viel das wegzupft. Nicht viel. Nice. Und da kommt die Säure. Oh, ich hab da was ganz vernachlässigt. Giftattacken sind ja sehr effektiv. Und das ist ja nicht so gut, Alter. Ah, komm. August. Mein Fehler. Sorry, Dudes. Wenn man nicht an alles denkt. Wenn man nicht an alles denkt. So, da kommt nochmal eine Säure. Die dürfte aber dieser Samen nicht weiter schaden. Deswegen machen wir jetzt so einen guten alten Bodycheck. Und es geht daneben. Nice. Jetzt weiß ich wieder, warum ich Bodycheck hasse. Bodyslam wäre mir lieber gewesen. Ist okay. Da kann ich alles haben. Das macht ordentlich Sagen. Und Rückstoß. Naja, ist okay. Ja, Lockduft. Ja. Ne? Reicht jetzt schon ein Rankenhieb aus? Ja, bestimmt. Na, siehst du. Geht doch. Nicht zu effektiv, aber es wurde besiegt. Das ist doch eine feine Sache. Und 136 Erfahrungen auf beiden Seiten. Nice. Und dann, äh, ja. Geht's weiter. Er labert irgendwas über seinen Bedieter. Dass wir uns ohne seinen Bedieter nie begegnet wären. Aber ich weiß nicht, Alter. So, wir müssen mal Klopfer ein bisschen trainieren. Bringt ja nichts. Deswegen packen wir Klopfer nach vorn. Und dann geht's los. Da ist doch hier. Guck mal hier. Wanderer Backe. Komm hier. Komm hier. Komm hier. Nice. Du siehst aus, als seist du viel rumgekommen. Das lässt auf einen spannenden Kampf hoffen. Mhm. Okay, Backpacker Damien. Schickt Visor in den Kampf. Okay. Hallo, Visor. Visor bin ich nochmal hier? So. Okay, wir müssen wechseln. Natürlich müssen wir wechseln. Und zwar... Ist August schon ganz schön angeschlagen jetzt, ne? Schafft August das? Oder lieber auf Lucky wechseln? August schafft das. Ja, wo ist es Level 12? Ja, komm. Lucky schafft das. Ich mein, hab ich gesagt, dass das jetzt hier, ne? Und so. Ist ja alles nicht so einfach. Die konnten nicht wissen, dass da nur eine Gesichte kommt, ja? Woher soll ich denn das riechen, Leute? Vielleicht spiele ich ein bisschen zu safe, aber hey, es muss einfach. Gut. One-Hit ist in Ordnung für mich. Ciao, Visor. Geh mal zu deinem Bruder Sichlor. Und Staraptor. Und Stahlobohrer. Das ist doch mal ein sehr spannender Kampf. Leute, das stelle ich jetzt gerade fest, dass ich, äh, ich hab gerade so auf OBS rüber geschielt. Und da stelle ich fest, dass ich nur den ersten Bildschirm aufnehme. Was sagt dann dazu, hm? Was sagt dann dazu? Gut, ne? Ja gut, was soll es? Dann müssen wir mit dem Fehler jetzt leben. Und ich beende die Folge dann jetzt an der Stelle, um meinen Fehler wieder gut zu machen. Es tut mir sehr, sehr leid. Dann heute ohne zweiten Bildschirm. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vergesst nicht, euren Spitznamensvorschlag in die Kommentare zu schreiben. Bis dahin und viel Spaß. Einen schönen Tag noch. Und ciao.